Musik Ah, es ist heute schon warm. Ich will in den Pool. Ich auch, ich ziehe meinen Badeanzug an. Ja, und ich nehme mir noch mein Schwindtier mit. Was habt ihr es denn so eilig? Wir gehen uns umziehen. Wir wollen in den Pool. Ah, das Wasser ist schon schön warm. Juhu. Achtung, jetzt komme ich. Hey, Papa, du machst viel zu große Wellen. Ich fall ja fast aus meinem Schwimmreif. Papa, wo bist du denn jetzt? Ah, lass mich wieder runter. Ich habe gerade einen Regentropfen abbekommen. Oh, ich auch. Da kommt wohl ein kleiner Regenschauer. Ich bleibe im Pool. Ich bin ja sowieso schon das. Ich auch. Warm ist es hier. Das ist lustig, bei Regen im Pool zu schwimmen. Oh nein, das war ein Donner. Jetzt aber raus aus dem Pool. Bei Gewitter sollte man besser nicht im Wasser sein. Schnell, kommt ins Haus. So schade, dass wir schon wieder aus dem Pool mussten. Das Gewitter dauert bestimmt nicht lange. Dann könnt ihr wieder ins Wasser. Das Gewitter ist ziemlich nah. Keine Sorge, im Haus sind wir sicher. Wollt ihr ein paar Kekse essen? Au ja. Mh, die sind lecker. Niki, Niki, komm. Schnell rein, Niki. Auweia, du bist ja klatschnass. Oh je, halt Niki. Nein, 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 nicht aufs Sofa. Schön hier bleiben. Ich muss dich erst mal kurz abtrocknen. Danke, Lena. Du machst hier sonst alles ganz nass und schmutzig. Jetzt regnet es aber wie aus Kübeln. Ja, das ist ein richtiger Platzregen. Ich mache mir einen Kaffee. Mama, es schneit. Anna, das ist kein Schnee, das ist Hagel. Hagel? Oh nein, das ist gar nicht gut für meine Blumen. Mensch, das ist ja ein richtiges Unwetter. Oh je, Hagel. Unser Auto steht doch draußen. Hoffentlich gibt das keine Dellen. Ich muss mal kurz vorsichtig nachschauen. Es ist richtig kalt geworden. Ich muss mich umziehen gehen. Ja, du hast recht. Und ich dachte, das gibt heute einen schönen Sommertag. Michael, komm rein. Du kannst doch jetzt nicht bei diesem Unwetter draußen herumspringen. Ja, du hast ja recht. Ich komme jetzt wieder rein. Wie das aussieht. Wie Schnee. Es bleibt alles auf dem Rasen liegen. Alles wird weiß und das mitten im Sommer. Hoffentlich liegt der Hagel nachher noch da, wenn das Gewitter vorbei ist. Dann können wir damit spielen. Ich glaube, es lässt langsam nach. Mama, dürfen wir raus? Ich weiß nicht. Gewittert ist denn noch? Nein, das Gewitter ist vorbei. Ja, dann könnt ihr raus. Ja, cool. Komm, wir holen unsere Schaufeln. Und den Eimer. Der Hagel ist wirklich eiskalt. Wir sammeln so viel ein, wie wir können. Ja, schnell, bevor die Hagelkörner schmelzen. Mein Eimer ist schon voll. Wo können wir die Hagelkörner sammeln? Am besten im Pool. Genau, cool. Alles in den Pool. Alles in den Pool. Alles in den Pool. Wir brauchen noch mehr. Wir müssen den ganzen Pool voll machen. Das macht Spaß. Zum Glück hat Papa noch den Rasen gemäht. Jetzt können wir alles richtig gut einsammeln. Am Auto sieht man keine Dellen. Da haben wir noch mal Glück gehabt, dass die Hagelkörner nicht größer waren. Die Blumen hier sehen hingegen nicht so gut aus. Und die auf dem Balkon auch nicht wirklich. Wow, so viel Hagel. Ich schiebe alles, was noch auf der Terrasse ist, in den Pool. Ich habe auch noch mal einen Eimer voll. Jetzt kommt die Sonne wieder. Bestimmt ist schon bald alles wieder weggeschmolzen. Wow, wir haben richtig viel gesammelt. Jetzt lösen sich die Körner langsam im Wasser auf. Und das ist jetzt bestimmt ein richtiger Eispool. Oh, ist das kalt. Ich gehe auf gar keinen Fall hinein. Seht ihr Kinder, das war nur ein kurzer Unterbruch. Jetzt wird es schon wieder heiß und wir können in den Pool. Hui. Oh, ist das kalt. Das ist ja eiskalt. Das passt wie Eis. Papa, Hagel ist Eis. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.